Gut, da kommt gleich Luftunterstützung von mir. Du hast genau mich getroffen. Du hast exakt auf den Ding geworfen. Auf den Berg. Habs gemerkt. Ich habe im Kopf weggeschossen. Der Leine ist in der Erde. Ja, die krabben sich ein, pass auf. Du hast einen Goliath am Arsch. Ich bin doch gerade tot. So, wo ist der? Rennt auf dich zu. Dürfte ich zu verfehlen sein. Das war kein rasender Goliath. Und wieder. Die Leben hatten der... Der Rasende? Falsch. Mauer. Ja. Ich mach den. Ja. Machst du eher nicht. Doch, doch. Bitteschön, vorbereitet. Alter, ich hab den die ganze Zeit abgeknallt. Ich krieg noch ein paar Freunde mehr. Uncool, nicht nachladen müssen. Fuck, ich will alle Waffen nachladen. Aua. Cool, die hat weg. Cool, geht's halt. Ein Marauder weniger. Ich bin nicht kalt. Ja, ist halt. Jetzt raged er erst mal. Ab. Okay. Dem hängt so ein Teil aus dem Kopf raus. Ja. Tot. Nutzen wir mal die Ulti von meinem Typen hier. Äh, bist tot. Okay, warte kurz mal. Ich muss sagen, die Sirene auf Sniper spielt, ist glaube ich nicht sonderlich optimal. Alle tot? Ne, da ist keiner. Ich glaub's. Ah, hier ist Loot. Ähm. Du kriegst grad voll auf die Fresse. Nein, wirklich? Ja, ich... Tot ist ein Goliath. Guck's an. Wöcht ihr helfen? Einer weniger. Die spawnen halt, ne? Tot. Hatte die Gegner. Was denn da? Goliath hinter mir. Alter, hab ich gewonnen, Tim. Ja, und dann hat er nur Wasch angekriegt. Wo bist du? Ich leb schon lang wieder. Irgendwie unkaputt war. Wenn du kurz leben bleibst, äh, wenn du kurz stehen bleibst, dann heil ich dich. Brauchst du ja nicht. Ich halte dich mit einem Schuss von dem Mg fast hoch. Einen Schuss? Ja. Ich war schon voll, fast voll. Ja, ich hab dich gerade ganz fast voll gemacht. Hatte ich nicht schon 450 Leben? Ach, Mann. Aber ich verhält ne Badass Moral da aus. Da ist ein Alarm. Er ist tot. Tot. Was ist denn gerade eingeschlagen, Alter? Alter, helf mir mal. Was machst du denn zum Teufel? Alter, das war letztes Mal. Das ist ein Badass Moral da, pass auf. Ja, der hat mich eben fast getötet. Er kennt gar nichts. Du warst schwach. Scheiße, okay, musst du mir helfen, da ist kein Gegner mehr. Nein, ich hab's bei Mg gewechselt. Er hat mich getötet und es sei halt verreckt. Ja, ich hab mich getötet. Könnte daran liegen, ne? Ich hab's nicht gemacht. Bö, nö. Ähm, wechseln gegen die hier und die hier. Gegen... Nein, nicht die hier. Okay. Soll ich den Alarm auslösen? Hab ich schon lange gemacht, ne? Achso, deswegen. Warum treff ich den denn nicht? Weil du Nubik bist. So, jetzt aber. Ich hab's nicht gemacht. Da hinten lebt noch irgendwo einer. Da kommt noch hoch. Ja, hier. Alter, weißt du, bei jedem von den verreck ich jetzt. Ist ja mal voll Schleiße. Okay, der kommt dann durch, ne? Nico! Ja? Bock auf ne kleine Challenge? Ich kill grad den einen Baden-Zerolder. Ist schon okay. Scherz, ey. Der hat so wenig Leben. Scherz, ey. Nico, komm mal hier hoch. Alter, ich bin grad so knapp... Ich hab so knapp überlebt, ey. Ja? Hier, komm mal hier hoch. Wir können hier durchrennen, ne? Hör auf, Granaten nach mir zu schmeißen. Scheiße. Du bist so dumm, Junge. Hilf mir mal. Nein. Hilf mir. So unfähig, Alter. Ich bin da. Du bist ein schwuler Team für den. Du musst mir helfen. Ich hab mir erst ne Kiste. Alter. Ja, komm mal mit. Ey, das Wichtigste ist, dass du dich aufgenommen hast. Was denn? Wie ich mich gekillt habe. Komm mal hier hoch. Jetzt will ich hier durchrennen. Das geht. Alter. Ja. Ja. Noch die Nix. Ich hoffe, ich mich gegnert's. Gegnert's. Und weg! Ja, ne Waschmaschine! Alter! Den Goliath-Soldaten! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Töte ihn! Er ist fast tot! Er ist tot! Und hier ist ne große Kiste mit Granaten-Mod, alter, sag ich mir das scheiße! Ja, hab ich schon! Zeig mal her! Mit 90... Okay, hab einen! Hab ihn rausgesucht! Ja, ich nehm die anderen einfach mit und verkauf die! Kannst du machen! So, kann man hier rein? Nein, kann man nicht! Hier ist noch ein Lut! Hier ist noch ein Lut! Iridium! Iridium Bitches! Okay, dürfte alle gewesen sein, ne? Uh! Kiste! Money, money, money! Cash, 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 cash! Vor oben ist auch geil zu uns, der Sniper, ne? Du hast schon wie die kleinen Kisten übersehen, ne? Ja, was? Geh wir weg da bitte! Die Kiste hab ich genommen! Nein, die kleinen nebendran! Geh wir weg da bitte! So, die da unten hier! Geh wir kurz weg da, Junge! Okay, fast! Okay, wo geht's weiter? Hier ist noch ne... Ja! Ja! Aufwahlst du mehr Munition kaufen gehen! Wär ich auch für! Könnte eventuell besser werden, ne? Ich find's so lustig! Einer von mir ist schwarz, der andere ist weiß! Dir ist klar, dass es mir keinen Schaden macht, ne? Das ist ein Scherz! Warum verring ich an dem Teil? Durch deine eigenen Granaten bekommst du Schaden! Ich bekomm durch deine Granaten keinen Schaden! Nicht? Okay! Wiederbeleb mich mal kurz! Ja, Moment kurz! Wiederbeleb mich jetzt mal! Nö, ich glaub nicht! Ruhig bleiben! Soll ich loslassen? Dir ist schon klar, dass ich mich dadurch dauernd hochlevel, ne? Soll ich hab schon fast ein Level durch die ganze Zeit nicht wiederbeleben? Kein Ding, kein Ding! Mach ich gerne! Ich sollte noch Granaten kaufen! Granaten bin ich voll! Gut! Welch Level bist denn, du? Äh, 15, fast 16! Okay, ich bin bei 15! Wenig mehr als die Hilfe! Lass mich nicht mehr, wenn was ins Auge fällt! Ich hab ein... Kommandoklassen... Mod... Ja gut! Geht steil! Weiter! Ich soll mal anspielen mit zwei Snipern zu spielen! Damit ich wechseln kann, wenn eine leer ist! Okay, haja! Ich glaub, da brauch ich immer zu viel Sniper-Money! Hä, warte! Du willst wechseln, wenn die eine leer ist? Nein! Wenn ich nachladen muss, aber grad nicht nach... Kein Zeit habe zum Nachladen! Achso! Wo ist das dritte Ding? Verschienen folgen! Ich glaub, das will ich gar nicht! Ich hab auch diese komische Dreckswaffe von den, äh... Ja, ich auch! Kannst du doch nicht verkaufen, ist das Problem dran! Wie viele Inventarplätze hast du? Ach, einige! Da ist ein Cap da! Und ein dicker Mongo! Alter! Mein großer Bruder wird euch mal nie ein Ball bringen! Das überlebt keiner! Wenn der Maschisnackel bei Skavummerums klaut! Erstmal verrecken, ne? Ja, ne? Ja, ne? Weil man hört aus der Fan nur so'n Fluchen von dir! Von deinem Charakter! Mhm! Und... Schüsse! Da fick ich den Goliath einfach, äh... Ja, hier ist ein Ding, dicker Wumma Wumms! ALTER! Komm mal her! Schock-Momaden sind ja assi! What? Ich glaub, der hat mich nicht gemocht! Wo? Komm, zu mir! Ich hab grad Damage von... Wo hab ich bitte Damage gekriegt? Ich weiß nicht, wenn der da oben steht! Ich seh den immer noch nicht! Jetzt helf mir mal! Mach da! Ich bin bei dir! Ich treff den nicht! Du warst echt fast tot! Schau gleich mir die, dicker Wumma Wumms an! Ich treff, weißt du, da ist ein Geländer und deswegen kann ich den da oben nicht treffen! Digga, ähm... Ich mach grad den Cap da! Ist gleich down! Ich geb genau den Pilot Headis! Ich hab den Goliath gefickt! Hätt ich gemacht! Das ist bestimmt nicht gut! Also abgestürzt! Ähm... Nimm's gleich... Schau gleich mir die Kabooma Wumms an, ne? Ich hab ein Medikit hintergegen! Die Dinger sind durchaus interessant! Ah, wer schießt denn die auf mich? Alter! Bumma Wumma Wumms! Sie ist meine beste Freundin! Sie haben einen Bauch voller Dynamit und einen Arsch mit Wumms! Jaaa... Jaaa... Du wärst ja mal 14-jährige Bitches?! Beute Marauder! Da war grad so'n Beute Marauder wieder! So'n Beute... Ein Hoden Kobold! Er ist tot! Interessant! Interessant! Führer! Ein Hoden Kobold! Nee, der 10.000 Cash! Wo ist ein Hoden Kobold? Dort! Boah, mal los! Das hat nicht jemand in deinen Sack lassen, ne? Scheiß Weihnachtsmann! Okay... Ähm... Hast du die Kabooma schon aufgehoben? Was? Okay... Ja, den einen... Den anderen hab ich aufgehoben, ja... Bleib mal kurz stehen! Den kann man nicht mehr anschauen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ach, du willst dich heilen? Du heilst 50 mit einem Schuss, ne? Ja, das ist auch das nächste Maschinengewehr! Und ein Sniper? Das ist ein Sniper! Das ist ja grad ein Sniper, der ich dich beschieß! Bleib stehen! Okay, aus der Entfernung, wenn du einen Schuss triff, mach ich nur 34. Wenn ich dich mit voll triff, mach ich nur 200 mit einem Schuss! Capter mal töten, ne? Ich geh mal kurz die Missionsgegenstände aufsammeln! Ja... Können wir auch machen! Alter, schau sie dir vorher mal an, ne? Alarm? Nein, nein, nein! Komm mal kurz her! Ich bin dafür, den Alarm zu aktivieren! Mach das! Die andere hab ich aufgehoben! Die hab ich schon gesehen! Das ist ja... wie es Porno ist, ne? Das ist so eine kleine Waffe, ne? Okay, dann heb mal auf, ne? Äh, löst mal aus den Alarm! Den Spaß schon vervielfach! Ich hab schon den rasenden Goliath erzeugt! Shit ey, da hab ich voll daneben gerossen! So... Wie gefällt dir das? Du brauchst Hilfe? Hilfe!